Wenn jemand etwas gegen diese Ehe einzuwenden hat, möge er jetzt sprechen, oder für immer, ich schweige. Wo ist sie? Da bist du ja. Gleich bist du tot, Vater. Nicht sie, Vater. Du, Vater. Oh, scheiße. Wo willst du hin? Was soll das? Ist viel schlimmer als ich dachte. Das ist ein Roter. Äh, ein Roter. Wir sollten gehen, auf der Stelle. Annie wird darüber hinwegkommen. Die könnten sie eh nie leiden. Also, los. Jetzt? Wir gratulieren dem glücklichen Paar und sind raus. Eddie, juhu. Bin sofort bei euch. Sekunde, ja? Okay, du musst jetzt sofort rauskommen, denn ich fühle mich gerade super, super verwundbar. Rock ist genau wie du. Nicht mehr lange. Eddie, hier bin ich. Du musst jetzt sofort rauskommen. Dann erlaube ich dir alle, aufzufressen. Fress sie alle. Abgesehen von ihm. In dem Talhaar. Ihn darfst du nicht fressen. Versprochen? Versprochen. Danke. Baby! Halt die Klappe! Mehr Probleme? Jetzt nicht rum? Zeit zu sterben. So ist es recht. Ich meinte uns. Wir werden sterben. Die Klappe! Wauw! Ich hab dich getötet. Ein Geist kann nicht so leicht getötet werden. Du töte ihn. Aber halt bloß deine Klappe. Unsere Frau weiß, was sie tut. Mach es einfach leiser. Hast du eigentlich ne Ahnung, wer hier vor dir steht? Halt ihn auf! Sein Kock! Glitterbocken vorbei! Oh Gott, nein! Aua! 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 Bis zum nächsten Mal.